Die 39. Stunde im Kurs, oder Lektion 39. Lieb heute, dragi moin, dragi moin, du wirst auf eine neue Lektion im neuen Kanal. Und unsere 39. Lektion, viele Aktivitäten. Wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen und wir lernen. Ich hoffe, dass Sie bereit sind. Los geht's! Na što je zadata kaže, lezen und hören Sie die Berichte von Erik und Josi nach dem ersten Studienjahr. Dakle, Erik und Josi su napisali, hajmo reći, nek urstu, izvještaja nachon svoje prve godine studie. Pa da vidimo, što to kaže Erik. Erik studiert Medienwissenschaft an der Universität in Essen. Dakle, Erik studira. Kako bismo mogli prevesti u Medienwissenschaft? Ja ne znam što bi to tačno bilo u našem jezikom, u našem obraznom sistemu. Dakle, studira fakultet, nakon kojeg će moći raditi u medijima. Ja sad zaista ne znam što je to kod nas. Žurnalistika? Da, naravno, žurnalistika. Na univerzitetu u Essenu. Pa da vidimo, što kaže. Die zima suche war wanzinn. Dakle, potraga za sobom je bila pravo ludilo. Die suche hat acht wochen gedauert. Dakle, potraga je trajala čak osem sedmica. Dann hab ich ein Zimmer gefunden. Onda sam naravno pronašao jednu sobu. In der ersten Woche fassen wir viele praktis. Naravno, to je običaj. Dakle, u prvoj sedmici imali smo puno zabava. Ich habe auch neue Freunde gefunden. Dakle, stekala sam to kođer i nove prijatelje. Vidimo kako Njemci kažu. Neue Freunde finden, dakle, pronaći nove prijatelje, a mi kažemo, voriti nove prijateljstvo. Aber wir lernen nicht gemeinsam, ali mi ne učimo zajedno. Viele studenten lernen zu Hause oder in der Bibliothek. Dakle, mnogi studenti uče kod kuće ili u Bibliotheci. Das Studium ist nič so interesant. Dakle, studi nič baš interesantan. Mančmal zdiđen di Diskussjonen zu abstrakt. Dakle, poni kad su razpreve praviše abstraktne. Das finde ich nič so gut. Dakle, tu misse baš in esvice. Einige Bücher sind sehr langweilig. Dakle, neke knjige su zaista dosa. Vielleicht höre ich wieder auf und suche ein neues Studienfach. Dakle, možet ću ponovo prekinuti, misli verovatno na studii i potražit ću neki novi studijski predmet. Da vidimo što kaže Josie. Josie studijet Komunikacijon un Medijen an einer privaten Hochschule in Hamburg. Dakle, ona studija Komunikaciju im Medijen u Privatnoj Vysokoj Školi u Hamburg. Ich studiere an einer privaten Hochschule. Dakle, studiram na jednoj Privatnoj Vysokoj Školi. Für mein Studium bezahle ich 8.000 Euro Studiengebühren im Jahr. Dakle, Studiengebühren. Tu što? Da, pa novac koji morate platiti za školu. Dakle, školarina, misli se tako može reći. Dakle, za svoj studij plaćam 8.000 Euro školarine godišnje. Das ist viel Geld. To je puno novce. Aber es gibt nicht so viele Studenten. Das ist positiv. Dakle, ono što je pozitivno nema puno studijna ta. Wir kõnen mit Dozenten und Professoren persönlich sprechen. Dakle, možemo se Dozentima i Professorima lično i razgovarati. Alle Geräte und Möbel sind neu. Dakle, svi apparati i namenstei su novi. Das Studium ist interessant. Dakle, studije Interessanten. Wir lernen viel, schreiben Texte und machen kleine Filme. Dakle, učimo Bruno, pischemo Textove i pravimo kratke Filmove. Wir haben viele praktische Projekte, die mag ich sehr. Dakle, imamo dosto praktischni Projekata. Uje misse nogo sviđaju. Die Vorlesungen finde ich manchmal ein bisschen langweilig. Dakle, predavanja su mi ponekat nešto malo i dostat. Ich möchte mein Studium abschliessen und später beim Fernsehen arbeiten. Dakle, želim završti svo Studii i kasnje raditi na Televiziji. Naš slėjči zadatak odnastraži, da ovi rečanici ausnačimo sa richtig oder falsch. Pa, da vidimo. Ilarik lernt gemeinsam mit seinen Freunden. Falsš. Tako je. Er mag sein Studium nicht. Richtig. Josi findet den Kontakt zu Dozenten und Professoren gut. Richtig. Sie möchte mehr praktische Aufgaben machen. Falsš. Sie hat das nicht gesagt. Pris ma dio lekti, koje vamo možna naizen im Levi. Idemo rečanici ist prezent, da su sažnog vremena prebasti u perfekatsko vrijeme. Kao u primjeru. Erik sucht ein Zimmer. Erik hat ein Zimmer gesucht. Tako je. Er lehrt zusammen mit anderen Studenten. Er hat zusammen mit anderen Studenten gelernt. Tako je. Er hat zusammen mit anderen Studenten gelernt. Er findet neue Freunde. Er hat neue Freunde gefunden. Er hat neue Freunde gefunden. Er lernt für eine Prüfung. Er hat für eine Prüfung gelernt. Er hat für eine Prüfung gelernt. Er bekommt gute Noten. Er hat eine, tako je. Er hat eine gute Noten bekommen. Er hat, tako je, mit Profesoren persönlich gesprochen. Er hat mit Professoren persönlich gesprochen. Er besucht Vorlesungen. Er hat Vorlesungen besucht. Er hat Vorlesungen besucht. Sie bezahlt 8000 Euro Studiengebühren im Jahr. Sie hat 8000 Euro Studiengebühren bezahlt. Sie hat 8000 Euro Studiengebühren bezahlt. Sie schreibt Texte und macht Filme. Sie hat Texte geschrieben und Filme gemacht. Sie hat Texte geschrieben und Filme gemacht. Sie schließt das Studium ab. Sie hat das Studium abgeschlossen. Sie hat das Studium abgeschlossen. Sie arbeitet beim Fernsehen. Sie hat beim Fernsehen gearbeitet. Sie hat beim Fernsehen gearbeitet. Sie hat das Studium abgeschlossen. studium, studien geboren, studien geboren, studieren, studieren, Hauptstadt, evo ga u služenci, Haupt, glavni, Stadt, Grad, Hauptstadt, Statistik, Statistik, vidimo u sredini da smo izgovarali to kao st, a ne kao šta, ok, dakle, a st, izgovaram kada se nađe u sredini riječi, kao što smo ovdje imali ovo u Statistik, isto tako na kraju riječi, pokažemo, Kunst, tako nećemo reći Kunst, Kunst, Master, evo ga u sredini riječi, Gymnastic, Gymnastic, machst, evo ga kraj riječi, machst, komst, komst, idemo još jednom prošitati ove riječi, študent, studium, studien geboren, studieren, Hauptstadt, Statistik, Stunde, Kunst, Master, Gymnastik, machst, Komst, bravo, svaka čast. U ovom dijelu lekcije imate priliku vježbati pisanje, dakle, riječ je o diktatu. Rešenje zadatka dobit ćete tek na kraju lekcije, dakle, olovke u ruke i na listiće pišite ono što čujete. Kako ćemo vježbati ovaj diktat? Ja ću najprije pročitati rečanice, dakle, nekih 5-6 rečanica, a onda ću ih pročitati dio po dio, da vi možete da ih zapišete, ok? Jeste spremni? Idemo. Dakle, prvi put samo slušamo, drugi put pišemo, treći put provjeravamo. Idemo. Ich studiere in Leipzig. Paul lernt viel und er besucht alle Vorlesungen. Josi mochte ihr Studium abschliessen. Erik geht abends gern auf Partys und er schläft morgens lange. Josi wohnt mit anderen Studenten zusammen und sie kocht gern für alle. Idemo. Sada bišemo. Ich studiere in Leipzig. Paul lernt viel und er besucht alle Vorlesungen. Josi mochte ihr Studium abschliessen. Erik geht abends gern auf Partys und er schläft morgens lange. Josi wohnt mit anderen Studenten zusammen und sie kocht gern für alle. Ich studiere in Leipzig. Paul lernt viel und er besucht alle Vorlesungen. Josi mochte ihr Studium abschliessen. Er geht abends gern auf Partys und er schläft morgens lange. Josi wohnt mit anderen Studenten zusammen und sie kocht gern für alle. In sami kraj ostalo je samo da ponovimo nove riječi i izraze koje smo imali u današnjoj lekciji. Tražiti sobu smo rekli da se kaže ein Zimmer suchen. Učiti zajedno sa drugim studentima. Mit anderen Studenten zusammen lernen. Sada se pitate zašto smo izvedeli ovako duge izraze. Zbog toga što su oni jako bitni. Kako postavite sve stručni i sve kompetenti u njemačkom jeziku, tada počinjete učiti ne samo riječ u izolaciji, već njihove kombinacije sa drugim riječima, takzvane kolokacije. Jedna od njih je mit anderen Studenten zusammen lernen. Pronaći nove prijatelje. Šta smo rekli? Mi kažemo pronaći, steći nove prijatelje. Njemci kažu da. Neu freunde finden. Spremiti ispit. Njemci kažu učiti. Učiti za ispit. Doviti dobro očinu. Ene gute Note bekommen. Tako. Ene gute Note bekommen. Mi činu skuvađati s profesorima. Mit professoren persönlich sprečen. Mit profesoren persönlich sprečen. Ečina predavanja. Vrađati predavanja. Vorlesungen besuchen. Vorlesungen besuchen. Trosko istudija. Da studijen geboren. Die studijen geboren. Plati ti trosko istudija. Studijen geboren. Bezahlen. Studijen geboren. Bezahlen. Hvisi ti tekstove. Texte schreiben. Texte schreiben. Pravi ti filmove. Filme machen. Filme machen. Zvršnje studij. Das Studijen abschlišen. Das Studijen abschlišen. Radite na televiziji. Beim Fernsehen arbeite. Beim Fernsehen arbeite. Inčinu sabere. Auf Partijs gehen. Auf Partijs gehen. Do go spava ti ujutra. Morgens lange schlafen. Morgens lange schlafen. Vesuka škola. Hochschule. Die Hochschule. Učiti kurkuce. Zuhause lernen. Zuhause lernen. Učiti u biblioteci. In der Bibliothek lernen. In der Bibliothek lernen. U pro sædmit si? In der ersten Woche. In der ersten Woche. Dosadno. Langweilig. Langweilig. Nešto smatreti dosadnim. Etwas langweilig finden. Tako je. Etwas langweilig finden. Presto ti li prekinuti. Aufhören. 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 Apparati. Gerete. Die Gerete. Namestei. Möbel. Die Möbel. I ostalis nam još. Novi patsi bi brosli. Suchen. Hats gesucht. Hats gesucht. Finden. Hat gefunden. Hat gefunden. Bekommen. Hat bekommen. Hat bekommen. Bezahlen. Hat bezahlt. Hat bezahlt. Abfließen. Hat abgeschlossen. Hat abgeschlossen. Ne bi bilo loše da napravite sebi listu ovih glagola kako prolazite kroz lekcije samo da ih dopisujete sebe negdje na neki papir tako da ih imate pregledne sve na jednom mjestu. A kada prebojite rečajnice onda niste sigurni kako glasi parcij prošli s kojim pomoćnim glagolom idem da samo bacite pogled u svoju listu. Evo pribili smo i ovu lekciju kraju za sve one koje su radile diktate. Evo sada na ekranu imaju rečajnice pa tako mogu provjeriti koliko su tačno rečajnica zapistali. A u našoj narodnoj lekciji došlo je ponuo vrijeme da provježbamo i utvrdimo što smo to učili u nekoliko posljednjih lekcija. Do naredne lekcije ove sve svakoko lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.